Herr Kramann, was denken Sie, warum hat Rap nicht nur in Deutschland, sondern weltweit so eine fast magische Anziehungskraft? Das ist eine gute Frage, eine schwere Frage, weil es ja nicht nur eine Musik ist, sondern sich das ganz stark mit der schwarzen Kultur vermischt. Und natürlich hat diese Kultur in gewisser Weise, zumindest in den grundlegenden Jahren, sehr viel damit zu tun hat, was auch die Träume von den Weißen waren. Fette Autos, Frauen, Gangster-Shit, whatever, ich kann es schaffen und so. Und ja, fette Beats, dicke Autos und so. Also, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Der Rapper, der steht ja eigentlich so für dieses an der Grenze der Kriminalität und so weiter. Bist du selber auch schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, wo du heute sagst, na scheiße, blöd gelaufen, ich war jung oder was auch. Oh, ich bin gerade gestern mit dem Gesetz im Gesicht. Erzähl es mir. I won't tell you, my friend. War es so schlimm? Ja, ganz schlimm. Ich brauche eine Vorladung. Was wünschst du dem Rap für die Zukunft? Na ja, dass der überlebt. Und der hat ja schon ziemlich Einbußen machen müssen so an das Dancefloor und an Mainstream und so. Und was wir heute sehen da, das ist ja noch old school. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, hoffentlich wird es nicht so verkommerzialisiert und bleibt auch irgendwie in gewisser Weise noch bestehen. Wir werden es uns anschauen. Ich danke dir. Schönen Abend.